Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der etwas enttäuscht davon gewesen ist, dass das UCS Republic Gunship von Lego nicht im Minifigurenmaßstab erschienen ist. Deshalb gucken wir uns heute ein sehr, sehr cooles Mock an von einem UCS Republic Gunship, welches im Minifigurenmaßstab erscheint. Das hier ist von Dave's Customs. Über 2400 Teile sind hier mit dabei. Ihr könnt Minifiguren hinten reinstellen. Ihr habt einige Funktionen auch noch mit dabei und vor allem, es ist auch stabil, sodass man theoretisch auch noch damit spielen kann. Und ihr könnt es euch sogar auch nachbauen. Es gibt die Anleitung dafür und eine Bricklink-Teileliste. Wie das genau funktioniert, das erzähle ich euch später, ist aber auch noch mal in der Infobeschreibung verlinkt. Wir testen jetzt aber erstmal einmal die Funktionen und gucken uns nochmal diese ganzen verrückten Bautechniken in diesem Set an. Nur als kurze Info vorneweg, die Figuren, die jetzt hier vorne stehen, die sind nicht mit in der Anleitung gezeigt. Das wäre einfach nur so eine Crew, die ich mir für ein Gunship-Set wünschen würde. Fangen wir direkt mit der Seitenoptik und einem kleinen Vergleichsbild an. Da könnt ihr direkt sehen, wie gut hier die Kanten bei dieser Größe getroffen sind. Zudem haben wir hier eine Länge bei diesem Schiff von 46 cm von hier vorne von den Kanonen bis hinten zu den Kanonen. Und damit man das Ganze auch schön ins Regal stellen kann, ist hier noch ein Display-Ständer am Start. Der Display-Ständer hat einen entscheidenden Vorteil. Ihr könnt schon sehen, wenn ihr damit mehrere Runden fahrt, dann wird euch schwindelig. Der hat so eine leichte Schräge drin. Damit ist das Gunship halt so leicht nach oben fliegend oder halt leicht auch nach unten fliegend. Je nachdem, wie es halt gerne bei euch im Regal stehen haben wollt. Wenn ich jetzt hier so dran drehe, dann seht ihr auch, wie stabil das Ganze ist. Da es sich hierbei um einen Minifigure-Scale-Gunship handelt, kann man natürlich die Cockpit-Scheiben auch öffnen. Dafür könnt ihr das hier oben einmal abnehmen. Die sind unterschiedlich gebaut, denn wenn ihr es mal mit der Original-Version vergleicht, da seht ihr, dass die Cockpits halt auch einfach unterschiedlich sind. Bei Lego waren das einfach nur unterschiedliche Prints. Hier sind es unterschiedliche Bautechniken. Verrückt einfach mit diesen beiden Teilen, die hier so seitlich reingesteckt werden. Und dazu halt noch die Sitze an sich. Ihr seht, wie akkurat und wunderschön die aussehen. Das sind keine Standardsitze. Und das Beste, es passt sogar noch ein Klon-Shooper genau herein, den man dann da reinsetzen kann. Beziehungsweise ein Klon-Pilot. Und hier vorne, wenn wir das öffnen, dann könnt ihr da auch noch genau eine Figur reinsetzen. Das Ding ist, mit der Cockpit-Scheibe hier vorne, das ist sogar genau die gleiche, die damals bei dem Lego-Gunship verwendet wurde. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn die beiden Piloten da drin sitzen. Das einzige Gunship mit zwei Piloten. Weil Lego hatte noch nie ein Gunship, zwei Klon-Piloten. Geschweige denn einen richtigen Klon-Piloten ohne diese Finne hinten am Helm. Hier an der Front geht es dann verrückt weiter. Erstmal haben wir hier vorne diese Laser-Kanonen. Die kann man jetzt in dem Fall leider nicht bewegen. Dadurch sehen sie halt aber nochmal besser aus. Diese Kühlung, die ihr außen drumherum habt, die graue Kugel, die innen drin ist, sorgt halt dafür, dass nicht viel Beweglichkeit drin ist. Es gibt aber auch noch eine Alternativanleitung, wo ihr das Gunship dann mit diesen runden Kugeln, die es halt auch bei den Spielsets gibt, bauen könnt. Und so wie bei Lego kann es halt hier einfach nicht gelöst werden, weil es vom Maßstab nicht passt. Sehr schön finde ich hier, dass das dunklere Grün vorne für die Spitze verwendet wurde. Bei Lego ist es ja dieses Leimgrün. Das passt meiner Meinung nach einfach nicht. Ist viel zu grell. Wenn ihr es hier mit euch mit dem Vergleichsbild anguckt, seht ihr, dass es einfach besser passt. Genauso wie dieser Rucksack, der hier vorne für die Spitze verwendet wurde. Wie genial ist das denn bitte? Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann sieht man, dass es tatsächlich so ein bisschen so ähnlich aussieht wie ein Rucksack, was dort beim richtigen Gunship verwendet wurde. Dann haben wir hier an der Seite noch eine Sache, die ich ziemlich gut finde. Das ist hier dieses Logo, welches tatsächlich ein Print ist. Das gab es in insgesamt 13 verschiedenen Sets früher. Beim neuen UCS Gunship ist das tatsächlich ein Aufkleber. Bei vielen anderen Sets ist es inzwischen auch ein Aufkleber. Hier, das Teil bekommt ihr ja so für 10 Cent gebraucht auf Bricklink. Das hat Lego sich nicht getraut, in das UCS Gunship für 350 Euro reinzutun. Schon schade. Und auch hier unten dieser gelbe Strich, den ihr da sehen könnt, das ist Brickbuilt hier in die Seite eingelassen. Klar könnte man jetzt noch hergehen und sich hier neue Sticker-Sets machen, um halt hier die Seite noch ein wenig zu verschönern. Ihr könnt hier oben am Cockpit auch noch sehen, dass es so leicht schräg hier drauf gelegt ist. Da denkt man jetzt bestimmt, dass es instabil ist. Aber nein, wenn ich es jetzt einfach mal hier anfacke und schüttle, es ist wirklich sehr, sehr stabil. Das hat mich selber überrascht. Bei solchen Mocks wird da ja normalerweise nicht so viel drauf geachtet. Hier ist es wirklich möglich, dass man theoretisch damit auch spielt. Ein Handgriff hat es jetzt natürlich nicht, mit dem man das wie beim Spielset hochheben könnte. Hier an der Seite, diese Kugelgeschütze sind über so einen einzelnen Technikarm dann hier befestigt in der Mitte des Schiffs. Sind tatsächlich auch sehr, sehr stabil. Hier werden diese Kugeln benutzt, die normalerweise, ja, diese an den Flügeln gewesen sind bei den Gunships, nur halt ohne Prints. Das Ding ist jetzt leider, man kann das hier nicht so ganz so leicht öffnen. Ihr seht, das sind diese einzelnen Plastikteile, die man halt biegen kann, die auch bei diversen Technik-Sets verwendet werden. Das Ding sieht wesentlich besser aus, als beim Lego-Modell, finde ich persönlich. Hat aber den Nachteil, dass man es halt nicht so leicht öffnen kann, wie beim Lego-Modell. Aber ganz ehrlich, da will ich auch keinen von meinen Clone-Troopern reinsetzen. Das sieht ein wenig beengend aus. Cool ist dann auch noch hier vorne dieses Chrome-Element an der Spitze. Natürlich ist das jetzt hier die Episoden-Variante, wo hier vorne keine weitere Tür eingebaut ist. Treue Clone Wars-Zuschauer werden natürlich wissen, dass es eigentlich noch eine Variante gibt, wo man hier auch noch eine Tür hat und diese Kugel dann halt fehlt. Dave hat dazu tatsächlich auch noch eine Anleitung gemacht. Das Modell finde ich persönlich noch mal ein bisschen schöner, als das mit den Kugeln. Nur, falls ihr euch dafür interessiert, das nachzubauen. Hier vorne in diesem Bereich habt ihr dann noch die Möglichkeit, irgendwelche Figuren hinzustellen. Zum Beispiel, ihr hier auf den einzelnen Noppen noch einen Clone-Trooper setzen oder ihr könnt halt noch bestimmte Sachen mitnehmen. Hier hinten haben wir dann auch noch so einen kleinen Spalt, wo man halt durchgucken kann. Und hier innen drin dann quasi der Eingang zum Medical-Raum und der Zugang zu den Cockpits oben drauf. Den kann man jetzt hier leider auch nicht betreten. Den gibt es ja eigentlich beim richtigen Gunship noch. Das war aber bis jetzt auch nur bei einer einzigen Lego-Version so, dass man das bespielen konnte. Kommen wir dann hier zum wichtigsten Bereich und zwar dem Truppentransport-Bereich. Da habt ihr hinten diese Türen drauf, die wunderprächtig hier nach hinten aufsliden und dann auch noch wunderschön mit diesen Hinges gebaut sind. Was eine coole Bautechnik. Mit diesen Fenstern gefällt mir das tatsächlich auch besser als mit dieser grauen-noppigen Optik, die Lego bei sich verwendet hat. Und auch hier unten seht ihr, was das für eine geniale Technik ist und dann hier hinten diese Fliesen nochmal schräg dran zu bauen. Und es ist tatsächlich auch stabiler, als man denkt. Klar, Kinder kriegen das immer auseinander, aber jetzt so ein bisschen fortgeschrittene Kinder, die halt auch die Bautechniken dahinter verstehen, ich denke, denen kann man das schon in die Hand drücken. Und ihr seht dann auch hier oben, wie sich das fast perfekt dort oben ins Gunship einfügt. Alleine hier die Elemente, die dann quasi umgedreht nochmal an die Decke gebaut sind. Verrückte Bautechniken überall. Noch verrückter fand ich aber dann hier die Flügel. Wenn ihr genauer hinseht, dann seht ihr, dass es eine Snot-Bautechnik ist. Das heißt, die Steine, die liegen quasi. Dadurch entstehen halt solche Muster hier. Oder hier diese Bögen, die dann dafür sorgen, dass eine Aussparung für diese Kugeln dort drin ist. Diese Technik, die gab es ja unter anderem auch schon bei diesen May the Force GWPs von Lego. So wie dann hier hinten nochmal Plates, die leicht angeschrägt sind. Da seht ihr das Ganze nochmal von der Unterseite. Und diese Air-to-Air Missiles, die sind natürlich hier auch noch eingebaut und sehen einfach gut aus. Gerade wenn man jetzt diesen Flügel hier sieht und den vom UCS Gunship. Klar, die Noppen-Optik hat irgendwie auch was. Aber diese Bautechnik und dieses Kleene einfach gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade auch dieser hier etwas erhöhte Bereich. Und hier oben haben wir dann auch wieder diese ikonischen Maschinengürtel. Da könnt ihr sehen, das sind so Pfeile, die da sind. Und diese Pfeile, ich wusste erst gar nicht, mit was für einem Teil die befestigt sind. Da habe ich Bob gefragt. Der wusste das auch nicht. Tatsächlich ist das hier ein Zahnrad, wo halt diese Pfeile in die einzelnen Zähne reingesteckt sind. Was ist das für eine geniale und verrückte Bautechnik? Hat halt leider zur Folge, man muss es ja irgendwo befestigen, dass man die hier nicht drehen kann. So wie bei diversen anderen Versionen ist jetzt für mich kein großes Downgrade. Ich sage ehrlich, bei der UCS Variante, wo man es ja drehen kann, habe ich es jetzt auch nicht nochmal benutzt. War halt nur zum Bauen einmal ganz nett. Das Aussehen ist aber hier schon einfach fantastisch. Und halt diese großen Raketen-Launcher, die kann man unter anderem dafür verwenden. Wunderschön gebaut finde ich auch hier diese Kühlungselemente. Hinten im hinteren Bereich, die dann quasi dort eingesetzt werden und da oben herausschauen. Und die Bautechnik hier finde ich auch wesentlich ansprechender als jetzt bei der Lego-Version. Da gab es ja noch oft Kritik, dass sie zu eckig sind. Hier ist denke ich das Beste, was man hinkriegen kann in dieser Größe. Genauso wie hier hinten der Auspuff, dort hinter befindet sich dann der Antrieb. Hier in diesem Lexikon, da brennt er halt gerade. Hier bei der Lego-Version ist es dann schön mit diesen Jumperplates gebaut, die dann halt dort hinten einmal herausgucken. Genauso wie hier hinten dann halt auch nochmal eine Kanone, die im Heck quasi immer noch zu finden ist. Die hätte ich vielleicht in Grau gemacht tatsächlich bei dem Mock. Und natürlich kann man die Laderampe hier hinten auch noch öffnen. Ihr seht, das sind solche Technik-Liftarme, die dafür verwendet wurden. Gibt dem Ganzen natürlich ein, naja, sehr, sehr cleanes Design. Wenn man es, wie gesagt, nochmal mit der Lego-Variante vergleicht, da habt ihr halt ganz viele Notten drin. Und in der Lego-Variante habt ihr auch nicht drin diese beiden Speederbikes, die sich hier noch drin verstecken. Die kann man da auch noch irgendwie schön reinmachen. Ich habe es leider nicht ganz schön geschafft. Aber das ist ja der Wahnsinn, dass auf diese vier Notten, die hier breit sind, so komplette zwei Speederbikes draufpassen. Das hier sind dann die beiden Speederbikes. Die sind tatsächlich sehr, sehr filigran, um es mal so zu sagen. Da könnt ihr tatsächlich auch noch eine Minifigur draufsetzen. Das ist natürlich so, das würde Lego so nie herstellen, weil es halt nicht für Kinder zum Spielen gemacht ist. Das ist halt eher so ein elegantes Speederbike. Gleichzeitig, wenn wir hier zusammen machen, seht ihr genau, das sind genau die vier Noppen, die wir halt dort drinnen Platz haben. Einfach der Wahnsinn auf diesem Platz. Wirklich schade, dass Lego das nicht gemacht hat, denn man sieht es ja auch, wenn man von der Seite hier in den Innenraum hereinguckt. Habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, die Türen, die könnt ihr auf jeder Seite so nach außen aufsliden. Und habt dann dort halt noch so ein bisschen Platz, um Minifiguren hinzustellen. Das Ding ist, das ist halt auch eher was für Mox, wo es halt ein einziges Mal hingestellt wird. Da fehlen jetzt so ein paar Noppen. Klar, ihr könnt das auch ganz simpel umbauen, diese Teile mit den Riffeln unten drin einfach austauschen. Dann könnt ihr da auch Noppen hinmachen oder dann halt eine komplette Plate reinbauen. Es sieht halt so, wie es jetzt gerade ist mit den Technik-Liftarmen wesentlich eleganter aus. Oder man nimmt halt so ein bisschen Uhu-Patterfix und befestigt das da. Und dieses Netz hier oben als Haltegriff quasi, finde ich, ist auch eine nette Bautechnik. So, und wie versprochen kommen wir jetzt auch noch kurz darauf zu sprechen, wie ihr denn euch so ein Gunship selber bauen könnt, wenn es euch gefällt. Natürlich, es gibt auch eine Lego-Variante. Ihr könnt auch einfach eine Spielvariante gebraucht kaufen. Das sind die anderen Optionen. Oder ihr könnt euch das auch einfach nachbauen. Es gibt die Anleitung zu diesem Modell. Für 26 Dollar gibt es die beim Brick Vault Shop von Dave, werden die dort verkauft. Das, finde ich, ist vollkommen in Ordnung dafür, was man hier bekommt. Ihr müsst euch vorstellen, was hier für Zeit reinfließt, bis man diese ganzen Sachen da gebaut hat. Und das dann alles noch digital als Anleitung verpackt hat, finde ich, hätte er wahrscheinlich sogar eigentlich auch noch mehr nehmen können. Ich weiß ja nicht, wie viel er davon schon verkauft hat, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die unterschätzt man, glaube ich, sehr, sehr schnell. Zumal es ja auch noch verschiedene Varianten von diesem Gunship gibt, je nachdem, wenn man es gerne haben möchte. Plus dazu, auf die 26 Dollar gibt es nochmal 15% Rabatt aktuell als Vorbestellerangebot. Und ihr könnt auch noch meinen Code einsetzen. Den habe ich auch nochmal in die Infobeschreibung geschrieben. Dann bekommt ihr nochmal 15% Rabatt drauf. Da kriege ich dann auch noch einen kleinen Prozentteil ab, wenn ihr meinen Code benutzt. Aber ihr spart halt auch nochmal 15%. Finde ich eigentlich einen ganz fairen Deal. Wenn ihr das dann habt, dann bekommt ihr auch noch, bekommt ihr natürlich einmal die PDF-Anleitung, mit der ihr das Ganze nachbauen könnt. Und ihr bekommt dazu auch noch die Teileliste, sodass ihr das einfach bei Bricklink reinhängen könnt. Das ist eine Liste, die müsst ihr einfach einkopieren. Und dann könnt ihr das halt direkt kaufen, je nachdem, in welchem Zustand ihr das jetzt kauft. Wenn ihr die Teile gebraucht kauft, habe ich einen Preis von etwas über 200 Euro jetzt hier zusammen bekommen. Waren allerdings auch sehr viele Shops. Das heißt, da kommen noch Versandkosten und eventuelle Handlingkosten oben drauf. Und wenn ihr das jetzt neu kauft, schätze ich mal, ungefähr bei 400 Euro müsst ihr die dann landen. Kommt natürlich immer darauf an, welche Shops gerade welche Teile verfügbar haben. Das Ding ist, hier dieses Gunship, seht ihr ja auch hier zum Beispiel, das ist auch mit gebrauchten Steinen gebaut. Und jeder, der so eine halbwegs akzeptable Lego-Sammlung zu Hause hat, sollte das, denke ich, auch hinkriegen. Zumindest einen großen Teil oder einen Teil der Steine schon bei sich zu Hause zu haben, sodass man jetzt auch nicht alles nochmal extra bestellen muss. Es ist halt ein Unikat, das sage ich mal so, das hat nicht jeder. Das Lego-Set, klar, das kann ab 1. August jeder kaufen, der die 350 Euro auf dem Tisch legt. Wenn man sich sowas hier gerne haben möchte oder hinstellen möchte, dann muss man halt ein bisschen was dafür tun. Wäre es mir aber für das Mock auf jeden Fall wert. Ich muss es jetzt leider wieder zurückschicken. Ich will es aber eigentlich kaufen. Also das heißt, ich werde da die ganzen Prozesse auch noch durchmachen. und mir das einmal besorgen, weil ich es halt einfach gerne für das Museum haben möchte. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Mock. Ja, also von daher, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Ihr findet das alles nochmal in der Infobeschreibung verlinkt, falls ihr die Anleitung haben wollt. Und ansonsten findet ihr hier noch weitere Star Wars Videos, beziehungsweise auch Videos zu Gun Chips. Habt einen wundervollen Tag und ciao, ciao.